Wir können hier weiter gehen und hier hat er ganz viel Apfelsaft. Yay! Doch nicht etwa gehoren und Apfelsaft? Hm, egal. Aua! Das Spiel ist hier noch nicht vorbei. Wer hätte es gedacht. Ach komm. Ich hau dich um. Dankeschön. Ich bin gespannt, ob er... Oh, Hallöchen! Ach komm, du Maus kannst mich auch mal... Mann, ich bin auf eurer Seite! Warum schießt ihr mich ab? Ne, bin ich eigentlich nicht. Nein, falsche Richtung. Egal. Die Spinner hat ausnahmsweise mal Glück gehabt. So. Wir können hier hochspringen. Und links und rechts. Oh mein Gott. Wo sollen wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Wo soll ich hin? Will ich das grüne Teil halt nicht haben? Ist mir auch egal. So, wir springen hier hoch. Und wir weisen einer Spinner aus und springen. Machen keinen Walljump. Warum denn auch wer? Quatsch. Oh, komm schon. Jetzt mach doch einfach einen Fliegensprung jetzt. Mach doch einfach noch einen Fliegensprung. So, weiter geht's. Endlich. Mann, jetzt! Tastatursteuerung. For the win. So, jetzt bitte. Danke. So, jetzt kann ich starr hoch. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hin... Dumme Spinne! Weiß immer noch nicht, wo ich hin soll. Geht mir doch alle mal aus dem Weg. Ich hab Ding, siehs. Also könnt ihr mir eh nix... Wo geht's hier lang? Ah! Da unten haben wir einen Stern. Ist mir egal. Und den Part sehen wir jetzt auch schon zum Glück. Ach, du dummer Spinne jetzt. Geht mir hier auf den Sack. Geh weg! Geh weg! So. Und Rückwärtssalto. Und noch einer. So. Jetzt kommen wir doch hoffentlich mal hier hoch. Dankeschön. Rückwärtssalto. Ach, schade. Ich wollte noch einen geschlagen. Also Rückwärtssalto. Yay! So, das war voll sinnlos. Egal. So, wir haben hier mal wieder viel zu viele Dingsis. Die uns eigentlich anzeigen sollten, wo wir hin sollen. Aber das tun sie nicht, weil sie überall sind. Und dich hau ich um! Na, ah, ah. Okay. Ein Trampolin. Noch ein Trampolin. Und eine Tür. Ach. Jetzt geh doch in die Tür rein. Danke. Mann. Ey. Also manchmal trollt mich meine Tastatur einfach, weil sie Bock drauf habe, habe ich das Gefühl. Und wenn er nicht gleich hier raus springt, dann weiß ich auch nicht. Mach mal es halt mit Walljump. Walljump FDW. So. Und mehr Walljump. Wuhu. Und wir haben eine Können. Boom. Yay. Klatsch. Wasser. Oh, hier haben wir einen Stern. Gut, den können wir jetzt einfach mal so mitnehmen. Aber auch nicht. Und dann schwimmen wir erstmal an Land. Weil an Land befindet sich Strand. Yay. So, wir rennen hinter einem paar riesigen, gigantischen Bäumen. Zwischen her. Was zur Hölle. Und springen aus der Krone raus. Yay. Und befinden uns jetzt im Baum-Level. Wow, Baum-Level. FDW, was ganz viel Plattformen hat. Boah, das war so gerade eben. Achso, jetzt haben wir so eine Gleichgewichts-Plattform, die wir wahrscheinlich hierin machen müssen, damit wir hochspinken können. Damit wir auf dieses Trampolin können. Damit wir wieder runter springen können. Yay. Pff. Immer noch gut, dass wir keinen Fallschaden bekommen. Sonst hätte das ziemlich wehgetan. Okay, wir sind im Pyramiden-Level. Oh, yeah. Oder ist das Pyramide? Äh, äh, tot. Aber hier ist gute Musik. Wir surfen auf einem Stein. Der sich auf mysteriöse Art und Weise bewegt. Yay. So, hier haben wir nochmal so ein Gleichgewichts-Stein. Da können wir locker hochspringen. Noch ein Gleichgewichts-Stein. Hm. Den wir ja sicher nicht bewegen, weil er keinen Bock drauf hat. Also, äh, nein. Oh, ich dachte immer. Wir springen runter. Wir springen hier rauf. Yay. Und dieser Stein bewegt sich schnell nach oben. Und dieser Stein mindestens genauso schnell. Und wir haben noch ein... Was ist das denn? Ein Bart. Sie haben einen Bart. Da, 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 da. Und damit haben wir einen Bart. Wie auch immer. Äh, achso, wir sind jetzt hier wieder. Was, wir können unsere kleine Schwester mit einem Bart besiegen? Äh, wie darf ich das denn verstehen? Egal, wir werden sehen. Komm her! Zack! Ah! Natürlich weichen sie alle gekonnt aus. Oh, egal. Ich renne. Aua, Spaß! Warum sind die auf einmal so viele Ninjas? Ah! Flakeeer! Diese... Äh, äh, was ist das überhaupt? Ein Piraten-Schrift-Strich-Burg. Oder so. Hilfiee! Gott! Stell dir mal vor, ich will die jetzt alle besiegen. Nee, das dauert ja ewig und drei Jahre. Oh, bitte! Häl! 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 Ah, so, jetzt besiegen wir unsere Schwester mit einem Bart. Yay! Achso, sie hat Angst vor den Ninjas, okay? Okay. Jetzt müssen wir ja unsere Schwester vor... Ach, ich frag nicht mehr nach. Komm, jawoll, weg mit dir, weg mit dir, Pirat, mit Bart. Ah, komm, ja, 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 und jetzt müssen wir dich besiegen, oder was? Ja, komm, von mir aus, von mir aus. Achso, jetzt geht's einfach nur... Nee, doch, Boss, okay. Jetzt müssen wir jetzt mal ein paar Dinge ansammeln, weil meine Energie ein bisschen Mauer aussieht. Okay, und er schlägt mit seinem Bart zu, den wir ihn geholt haben, oder was? Logik, das Let's Play. So, jetzt machen wir ein paar Ninjas hauen. Was auch immer jetzt das Ganze mit Ninjas zu tun hat, auf einmal wieder... Ich weiß es nicht. Komm, zack, in den Arsch gehauen. Zack, machen wir ihm überhaupt Schaden? Ich glaube nicht, oder? Au! Spaß! So. Ach, wir müssen ihm auf den Kopf springen und dann können wir ihm eine mitgeben, okay. Aber ich glaub, die erste Runde würden wir verlieren, weil ich einfach nicht mehr genug Energie hab. Komm her! Au! Spaß! Achso, er ist nach seinem ersten Bartschlag, okay. Also ich muss ihm doch nicht auf den Kopf springen. Okay! Hallo! Also ist er irgendwann... Ja, jetzt ist er verwirrt nach einem Bartschlag und jetzt können wir ihn hauen. Okay. Gegner verstanden. So, jetzt haben wir jetzt mal ein Ninjas kaputt. Und dann... Oh, Hallöchen! Komm, schlag mit deinem Bart zu. Schlag mit deinem Bart zu. Schlag mit deinem Bart zu. Hallo. Und... Bäm! Okay. Also wenn man... Wenn man das Grundberuflied einmal verstanden hat, dann ist es im Grunde gar nicht schwer. So wie bei vielen Entgegnern. So, wir springen drüber. Auch. Verdammt. Aber hauen können wir ihn trotzdem noch. Bäm! Ach, schade doch nicht. Ah, komm. Du bist voll Agro uns da. Komm, du musst ja nur runterspringen und alle deine... Oh Gott! Komm, mach nen Bartschlag, mach nen Bartschlag, mach nen Bartschlag, danke, und, ah, wir können auch wieder rausspringen, gut, ich weiß jetzt nicht, ob das vom Damage Level her irgendeinen Unterschied macht, wir werden sehen, so, jetzt, oh Gott, das habe ich jetzt irgendwie vergessen, na komm, schlag mit deinem Bart zu, schlag mit deinem Bart zu, schlag mit deinem Bart zu, dankeschön, so, und, verdammt, ich muss schnell zuschlagen, okay, so, wir springen auf einen Typen drauf, wir warten, dass er wieder auf uns landet, ah, ich weiß jetzt immer, dass der nicht in die Mitte springt, sondern auf uns, und, zack, yo, weggehauen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, haben wir gewonnen, Hallo, Hi, Juhu, und wir gehen zurück, äh, was, Was? Es ist nur nicht vorbei, Leute, glaube ich, oder? Das müssen wir mir jetzt einfach mal irgendwo um Ryan gehen. Sind das einfach nur Level, die es schon gegeben hat, oder muss ich die jetzt alle hier nochmal... Oh Gott. Was ist das denn hier? Oder ist das jetzt wirklich nur, um zu zeigen, yo, du hast das Spiel geschafft und es darf. Das kann ich mir aber irgendwo nicht vorstellen, weil... Ja doch, das sind Abschnitte, in denen ich schon mal war. Also überhaupt keine Credits oder so? Hä? Was ist hier nur los? Ah! Hä? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Ich weile doch schon! Warum fordert mich das Spiel jetzt auf, nochmal hinzugehen? Das ergibt doch alles keinen Sinn, ich sammle einen Stern ein hier, ey. Oh Gott, was ist hier nur los? Oh Gott, was ist hier nur los? So, jetzt sollten wir wieder die Mauer aus Typen kommen, oder so. Ja, hallo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier für kein... Ende gibt. Ich geh nochmal hier rein. Alright. Okay. Dann haben wir wieder ein paar Dingsis. Hä? Was ist hier nur los? Ich verstehe das nicht. Hier waren wir doch schon. Aha! Aber ich will eigentlich dieses Spiel nicht beenden, ohne die Credits gesehen zu haben. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Spiel davor endet. Komm, du gehst weg. Scheiße. Das war schon besser. Komm, ja, du spielst hoch. Okay. Backflip. Tests halten, oder? Nicht! Danke. Das war dumm. Aber das war ja noch viel dümmer. Ah, Plattformen! Oh, das war's da hin. Oh, das gewollt zu haben. Ach, Mann, oh! Hey, was tue ich? Ich bin zu verwirrt. Nein! Jetzt geh doch da hoch. Danke. So, so. Ich geh nochmal hier rein. Ich geh nochmal hier hin. Und da wartet wieder unsere Späße. Ich würde, also... Ich glaube, das Spiel wiederholt... Man kann sich jetzt hier einfach nur ein... Äh... Man hat schon da auch so, von dem man das Spiel wieder spielen kann. Und... Es gibt einfach keine Credits, oder so. Naja. Ich würde sagen, dann bänden wir dieses Spiel bei diesem... Von Apfelsaft, äh... verwirrten... Typen. Ich würde sagen, das war's für... FPA World 3 für heute. Wir sehen uns. Vielleicht. Irgendwann. Später. Mal. Wieder. Oder so. Haben Sie schon rein!